Hallo Sammelfreunde, herzlich willkommen zu Orakel Nummer 26 und damit gleichzeitig dem letzten Gruppenspiel der deutschen Mannschaft bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Frankreich. Und gleich zu Beginn nochmal der Hinweis, wenn euch diese Orakel gefallen, dann vergesst nicht, während des Videos mal auf das Däumchen nach oben zu drücken und ein Like da zu lassen. Der deutsche Mannschaft würde theoretisch einen Unentschieden für den Gruppensieg langen, aber die wollen natürlich gewinnen. Und wir schauen mal, was das Orakel dazu sagt. Wir beginnen zunächst mit einer Spanierin, mit Bomatti. Dann haben wir Yamashita aus Japan, Lieke Martens aus den Niederlanden, Ichse aus Japan und das erste Treffer für die deutsche Mannschaft durch Alexandra Popp. Das ist ein wunderbarer Auftakt und wir schauen mal, was Stickertütchen Nummer 2 zu bieten hat. Das beginnt ebenfalls wieder mit einer Spanierin, mit Gujarro. Dann haben wir Washington für Jamaika, Galli für Italien, McClure, Jamaika und der zweite Treffer durch Melanie Leupols für das deutsche Team. Das sieht doch schon richtig gut aus und wir kommen zum letzten Stickertütchen. Beginnen dort mit Adriana Sachs aus Argentinien, Zanerato aus Brasilien, das Team von Australien. Wendy Irina aus Frankreich und Ibera aus Nigeria und damit sind wir durch und die deutsche Mannschaft schlägt in ihrem letzten Gruppenspiel Südafrika mit 2 zu 0. Wenn ihr meint, ihr wisst es besser als das Orakel, dann schreibt euren Tipp unten in die Kommentare und dann, wenn wir nach dem Spiel mal schauen, wessen Vorhersage besser war. Mit diesem Spiel enden dann auch die Gruppenspiele in der Gruppe B und da die Gruppe A heute auch ihre Forum beendet, sehen wir uns noch zweimal wieder mit den Spielen Nigeria gegen Frankreich und Südkorea gegen Norwegen. Würde mich freuen, euch dann wieder begrüßen zu können. Bis dahin, macht's gut, tschüss.